Ethereum-Wahl schiebt Millionensumme auf Krakenkonto. Ein Ethereum-Seed-Investor hat kürzlich einen Teil seiner Ether verkauft und die Coins auf Kraken transferiert. Am 22. September wurden 3.510 ETH auf die Kryptobörse verschoben, wie Look-On-Chain-Daten zeigen. Auf verschiedenen Adressen hält der Investor ETH im Wert von 390 Millionen USD. Die Ether stammen direkt aus dem Ethereum-Eseo und wurden 10 Jahre nicht bewegt. Trotz des Verkaufs bleibt der Großteil seines Vermögens intakt, während Ethereum heute 2650 US-Dollar notiert. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.